Ja. Boah, immer gut. Ah, weiß ich, ne? Ist das schon mal klar? Ja. Ja. Hab was abgekriegt. auch nicht nicht die ist bei der links was du an der markiert hast du oder was? Ich bin der Notfall. Sylt Reins, Alcatella transportiert Fracht mit einem Panzerboot. Das Boot sichern und zu einem evakuierungspunkt bringen. Die Position ist auf der Taktikkarte. Was? Fahre? ULTRA 1, das Panzerboot trifft jetzt ein. Vorwärts zum Abfang. Ich glaube nicht, dass der kommt. Da steht er hier da. Brauchen wir noch jemanden am MG? ULTRA 3, Evakuierungspunkt auf der Taktikarte markiert. Bewegung. Wir müssen... Ja genau. Ja. Ich glaube jetzt... Jungs, warte, wir kommen ja auf. Ja, der kommt, der kommt, der kommt. Glauben Sie? Ja. Woher? Ja. Ja. Und jetzt sind sie gleich Warsch. Ja. Noch ein paarolen! Ja. Danke. Ja. Woah 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 Zambon Du Das war's. Oh, jetzt kommt Blut schon ran Hm, ich weiß es auch nicht Da würde es in Pflege fallen Hm, ne Oh, ne Ja, ich wollte aufspringen dann zu ULTA-1, dein Trupp ist getrennt, ihr solltet zusammenbleiben Ah Ah Werde hier beschlossen Zu Ich hab noch ne 3er, ne 3er weißt du schon Hier ist einfach Hier ist einfach Witcher ne Jo Hat schon wieder rein zu Nuklear haben wir auch hier, ne Na gut, das ist zu weit weg Halt Mach Halt jetzt Ich glaube der Rucksack ist noch hier Kommando auf 2 A1, Drohne hat Position eingenommen So Und dann Weiß Wenn man sich schiebt Dann Wiß Kuss Der Rucksack ist ein Kuss Und dann Wir haben die Kuss Die Kuss Wir haben die Kuss Die Kuss Was ist das? Ach ach ach, ich bin geditcht. Ultra 1, feindliche Operator haben die Marke deines Truppmitglieds gesichert. Wir verfolgen ihre Position auf der Taktik-Karte. Los, komm rein. Tür auf, Junge. Zwei Mann hier. Mach den Mistcalf fertig! Zwei Mann hier. 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 Boah, endlich kann ich hier. Du wirst mir zeigen, wo deine Freunde sind. Ich hab sogar ein Zeug hier vollstrecker gemacht. Ich hab alle beide gekillt, ja? Alter, hab ich dir jetzt schön rasiert, ja. Was hat? Der Oppa, der Vollstrecker. Also war jetzt nix da, aber ich hoffe schon, dass es zählt. Alter, hab ich dir mit der Brauma jetzt schön weggefistert, hier mal. Glaubt. Stehe unter direkten Beschuss! Da kommt ne Blinzgranate! Fuck! Du musst mich kapitzen! Auf, auf! Da haben wir bei uns! Weihung! Die haben mich erwischt! Guck mal da herunter! Weiß mal rein. Ich bin das weg hier. Ganz ruhig, ich pfleg dich zusammen, Freund! Danke dafür! Ganz ruhig, ich mein Mann für dich. Ja, ich bin das wegge encaps. Mmm... Ich bin da zu der Stelle. Ich will hier munition ab! Wir sind auf der selben Seite! Vorhin kommen sie um die Ecke hier und... Was? Oh Da drüben sind ein paar NPCs Links von uns Jo Jo So 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 Achtung, feindliche Operator haben einen Waffenkoffer gesichert. Die Positionen sind auf der dritte Karte markiert. Der andere hat schon geschossen. Achtung, feindliche Operator haben einen Waffenkoffer gesichert. Abschmatzen, den Koffer abschmatzen. Black Hawk down, Black Hawk down. Passionsschlag, ja? Was, wie so unzureichende Vorräte? Ich hab doch... Ich hab die Kohle. 12.000, ich hab doch 19.000. Das ist alle... Fuhra! Nee. Ja, hast sie beide gekauft. Ja, ist ja nicht schlimm. Hier ist noch einer. Da ist auch einer. Ich seh's auch nicht. Da rechts ist grad ein Hubschrauber. Das sind normale Spieler, äh NPCs. Ich konnte nicht, ich konnte nicht kaufen. Die Drohne, die Drohne. Ja, das ging nicht. Ach nee, ich hab nur... Ich hab nur 7.000. Ich hab mir nix weiter gekauft, eigentlich. Sprit ist gleich leer. Aber ich hab eine Drohne, gell? Ja. Ich bring dich wieder auf die Beine. Ja. Ich schulde der Mannsdruck. Die nächste Runde geht auf mich. In Deckung! Der Hüge zum Kiesel! Ich zieh nix. Ich schulde der Mannsdruck. Der Hüge zum Kiesel! Der Hüge zum Kiesel! Ja, der stand rechts hinten. Du wirst hier nicht sterben! Ich geh mal auf... Okay, Achtung, Kanzler! Ich bring dich wieder auf die Beine! ganz ruhig ich pfleg dich zusammen freund wohl dass die mir in der luft mitzieher abschießen auto 1 hier kommando starker winter ist strahlung heran nach sich zu einem evakuierungspunkt und auf Oh ja. Ja, ich schmeiß ja. Moment. Eins hab ich, eine Drohne. 1-1, wir brauchen diese Zielobjekte, um den Missionsfortschritt zu sichern. Vergib dich zur Extraktion. Hm? Ja, ja. Muss aber nicht alles in einer Runde sein, oder? Halt. Hm. Hast du 5 Stück, ja? Okay. Sie ist da noch hinter uns. WC. Ultra 1, der Feind ist alarmiert. Vorsichtig vorgehen. Keine mehr. Wirklich. Spritzer. Kann man hier eigentlich hochgehen? Nee, gell. Den Bogen? Nee. Boah. Das war's für mich. Kommen wir mit der Hand noch! Er ist weg, ja Was ist das? Ja, da warten wir lieber noch. Ne? Wieso habe ich jetzt noch eine? Wieso? ULT 1, Giardino 4, sind unterwegs zur Extraktion. Die Strahlung kommt näher. Bereithalten zum Ausrücken! B2, so wie es aussah, ich hab eine Ja, hab ich doch weggeschmissen, rausgeschmissen Ich hab wahrscheinlich zwei, so eine auf jeden Fall Sie haben mich erwischt, ich verliere zu viel Blut Warte, warte, warte Wenn sie von allen Seiten wiedergucken Nein, nein Achtung, Grenade Ach, schön Jo, hoffentlich ist jetzt mein Operator freigeschalten, der König Weil ich hab ja einen Vollstrecker ausgeführt vorhin Also wenn ihr dann, piss ich mich aber schon auf Dann werde ich langsam ein bisschen wild Ja, ja Schön Das mach ich jetzt gleich ja Na ja, passiert Da fasste er mich Alter Andernhalb Level gemacht jetzt Ah, der ist immer noch, ist immer noch verschlossen Keine Ahnung Ah ja, ich hab F gehalten Hab gewartet bis der Balken voll ist und dann hab ich ihn abgeknallt Genau Ach man Ach man Vielleicht, weil Ich bin jetzt hier auf meinen Operator, den ich jetzt dabei hatte Also den ich jetzt eben gespielt hab Und bin jetzt auf die Vollstrecker Kannst dir verschiedene auswählen Und da war einer angewählt, den ich noch nicht freigeschalten hab Da war ein Schloss drin Jetzt hab ich einen anderen genommen, den ich freigeschalten hab Hab den jetzt mal aktiviert Den Vollstrecker Ne, jetzt muss ich nochmal einen Vollstrecker machen Ne, weil ich einen So einen Move eingestellt hab, den ich noch nicht freigeschalten hatte Der war noch gesperrt Ach Mensch Ach Mensch Lass mich über Das ist doch ein Kampfgewehr, oder? Ding Sap 50? Lyck 保険 Ist bei DMRs Ah Schade Ui Ich nehme die Lachmann mit, die muss ich noch leveln Wie damals, so Onkel A diese Zeit Zum Wohl Ich bin immer gespannt, was ich mit euch machen darf Hast du nicht gemeint, die HL geht wieder? Das sollte gehen? Oh Mann Wer war nicht da?